Es freut mich, dass wir heute hier sein können und ein Modell, das Ihnen dann präsentiert wird, auch offerieren wollen, weil es ein wichtiger Bestandteil auch unserer gesamten Initiativen bei der Umsetzung dieses Zukunftsplans, Pflege ist. Eine dreijährige Schule, so wie die Handelsschule, bietet eine wirtschaftliche Ausbildung und diese kann in der SOB sehr, sehr gut verwendet werden. In den allgemeinen Gegenständen gibt es eine Kooperation, sodass in der SOB gewisse Gegenstände dann auch angerechnet werden können, wodurch sich die Stundenanzahl reduziert. Ganz wichtig ist es jungen Menschen auch, die Perspektive für eine schulische Ausbildung im Bereich der Pflege anzubieten. Heute haben wir hier ein Modell für das Südburgenland vorstellen können, das es schon im Nordburgenland gibt. Es gibt eine Schulkooperation zwischen der Handelsschule als vorbereitende Schule, die dann in die SOB als Schule, die dann die Ausbildung finalisiert übergeht. Ich denke für uns als soziales Bundesland, wo wir uns eben in einem 21-Punkte-Programm Zukunftsplan Pflege auch einen wichtigen Teil der Ausbildung mit vorgenommen haben, ist es um diese Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen, ganz wichtig auch junge Menschen abzuholen, junge Menschen auch hier für diesen Pflegeberuf zu begeistern. Wir können mit der Kooperation der Handelsschule Oberwart und der SOB im Pinkerfeld ein für das Südburgenland neues Ausbildungsmodell anbieten, das im Rahmen der Möglichkeiten der Schulautonomie einen sinnvollen Weg für junge Menschen bietet, die sich zukünftig für einen Sozialbetreuungsberuf interessieren. Und wenn wir in der Handelsschule in Oberwart die Basis legen dafür, das Verständnis, die erste Einsicht, den ersten Einblick in zukünftige Berufsbilder, dann denke ich, ist das eine Möglichkeit, die sich jungen Menschen bietet, die zukünftig einen Ausbildungsweg in der SOB Pinkerfeld und darüber hinaus dann ein Berufsbild für ihren weiteren beruflichen Weg wählen wollen. Wir werden als Schule für Sozialbetreuungsberufe diese dreijährige Ausbildung an der Handelsschule Oberwart fachlich begleiten, soweit es notwendig und gewünscht ist. Wir werden anbieten, Kooperationen bei Projekten im praktischen Unterricht in der Altenarbeit und in der Behindertenarbeit. Es wird die Möglichkeit geben, Schnupperunterricht an der SOB in Pinkerfeld durchzuführen. Und unser Mehrwert wird sein, wir werden gut vorbereitete Aufnahmewerber in der SOB in Pinkerfeld in der SOB in Pinkerfeld und in der SOB in Pinkerfeld und in der SOB in Pinkerfeld. Unterricht in Pinkerfeld und in Pinkerfeld. Unterricht in Pinkerfeld